Oh Leute, Ballercasino, noch immer bei Kazumo. Mal einen schönen Klassiker rausgesucht, Wolfgold. Habe ich selber noch nicht gespielt, schon oft beobachtet im Internet, oder auf YouTube, die es andere gespielt haben. Teilweise auch gute Gewinne, die spielen natürlich auch mit sehr hohen Einsätzen, wie heute hier mit 50 Cent am Start. Soundkulisse ist irgendwie sehr nice, keine Ahnung, und da wollen wir einfach mal, oha, kann man hier erst noch hochstellen, nee, das geht um den Gewinnwert, Autoplay, kriegen wir das hier eingestellt, Autoplay, okay, 50 Dinger, das können wir mal machen, mal sehen, was da abgeht. Das ist jetzt, 45 Cent. Junge. Wulffgold macht schon Action. Jetzt habe ich ja 75 Cent Einsatz. Ach, naja. Ich wollte doch 50 Cent Einsatz machen. Oh Leute. Nein, das war 50 Cent. So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh ja. Oh ja. Tja, was soll ich sagen, mal ein bisschen Glück wünschen jetzt. Jetzt mal ein bisschen Glück haben. Okay. Okay. Adler ist schon mal geil. Adler vorne. Adler, jawohl. Hinten auch noch, oder? Nicht ganz. Aber. Okay. So. So. Ulf Gohl geht schon mal. Not so bad. Not so bad. Hm. Sauber. Passt. So. 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 Jo, kommen noch mal Wölfe, irgendwas da. Naja, geht ja so auch schon mal, ne? Na wohl, komm. Das wäre noch mal richtig nice gewesen. Noch mal schön drei Scatter, ey. Das wäre wohl richtig sweet. Alter, macht echt eine Menge Kleingewinne. Muss schon sagen. Oha, was kommt jetzt? Junge. Jawoll. Komm, da muss Geld hin, da müssen Beträge hin. Was? 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 Oha. Geht schon. Kann man nicht mehr gehen. Also ich muss echt sagen, das Spiel Wolf Gold, das ist echt seit langem mal wieder irgendwas, was richtig korrekt ist. Ich meine jetzt nicht unbedingt wenigen Gewinnen, ich meine das gesamte Paket, so Sound und diese ganzen Animationen und so weiter, also das geht echt schon richtig klar. Das ist echt eine schöne Unterhaltung, sag ich mal. Also man hat immer irgendwie einen Gewinn, immer irgendwie mal einen Kleingewinn oder so. Äh, das ist schon cool. Verschiedene Gewinnmodi hier, drei Spiele mit dem Geld, denn das ist... Schock schon, würde ich sagen. War jetzt echt zu gefallen, das Spiel da immer. Schock schon. Ich bin doch ein Skatter, komm. Jawoll, Leute. Oh Leute. Ja, komm, und jetzt mal richtig. Jetzt mal einmal schön Wolf Vollbild, ey, ganz gut. Ja, ne, ne. Ah, schade. Zweiter Versuch. Ah, wieder begeben, ja. Ja, dieses Mal scheint es nicht so doll zu sein, aber noch ist nicht vorbei, aber... Schade. So kann es auch laufen. Na ja, gut, okay. Ist nun mal so. So, Leute. Ende knapp drei Minuten startet das nächste Real Race. Da habe ich mich auch noch mal angemeldet. Moon Princess. Auf Kazuma. Ja. Auf Kazuma. Ja. Auf Kazuma. Ja, wir machen das noch mal. Was geht da? Ich dreh ab, ey. Jawoll, komm. Und jetzt cashen wir mal richtig hier was aus. Ah, naja. Nix. Nix. Oh, der Wolf, ey. Das wäre so episch. Oh, der Wolf. Ja. Ja, schade. Nicht schlecht. 37 nochmal mitgenommen. Ich muss zusehen. Nächste Real Race startet. Das war echt nice. Wolf, Gold, Kazumo. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum Real Race. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.